Seit langem warten die Märkte auf die heutigen US-Arbeitsmarktdaten und keine Frage, eine Enttäuschung ist eingepreist, eingeplant, man geht nicht davon aus, dass die Zahlen wirklich gut sind, sie sollen eher schwach sein und das, so haben sich die Märkte ja vorher schon festgelegt, ist doch eine gute Nachricht, denn da hat die FED dann nochmal eine Ausrede, das Tapering weiter auf die lange Bank zu verschieben, erstmal weiter zu machen und der Verweis, naja, der Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt, der ist doch noch nicht so stark, wie wir uns das vorgestellt haben, damit würde dann eben diese ganze Geschichte sich weiter nach hinten verschieben, mithin also die Liquiditätsversorgung der Märkte unverändert hoch bleiben und deswegen hat der S&P 500 zum Beispiel gestern das 54. Schlusskurs Allzeithochniveau erreicht in diesem Jahr und damit sind wir auf Rekordkurs und alles gut, alles schick, es wäre vielleicht gut, wenn die Zahlen nicht zu schlecht sind, denkt man sich, aber ein bisschen schlecht wäre schon ganz okay, es zeigt eben wieder mal diese Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich für die Wirtschaft gut wäre und eigentlich dem, was für die Märkte gut ist, die Märkte interessieren sich für Liquidität, die Wirtschaft braucht gut bezahlte Jobs, um wirklich zu funktionieren. Dann schauen wir uns mal die Erwartungen an, wir sehen durchschnittliche Prognose 750.000, letzter Monat waren 943.000 neue Stellen in den USA, aber diese Prognose von 750.000, die besteht nicht mehr, so um und bei 600.000, so die derzeitige Flüsterschätzung, nachdem wir schwache Beschäftigungskomponente im ISM hatten, schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht, da ist man viel skeptischer jetzt und sagt, nee, die werden nicht so gut ausfallen und wie gesagt, das wäre ja gut für die Märkte, da würde man sich drüber freuen. Auch hier Big Data Zahlen zeigen, ja, das könnte schwierig werden heute mit den Daten ADP, Google Mobility, eben durch jetzt diese ganze Corona-Geschichte, das ist das Hauptargument, das letztendlich die Delta-Variante einen wirklich guten Jobaufbau verhindert, erinnern wir uns, am 29. Juli hat die CDC, also Ende Juli hat die CDC, die Seuchenbehörde in den USA, eine Empfehlung gegeben, Masken wieder zu tragen, viele Bundesstaaten und Firmen haben das dann umgesetzt, das hat die Stimmung ein bisschen verschlechtert, Allerdings war diese Maßnahme oder diese Verkündung am 29. Juli nach dem Umfragezeitraum, das Ganze ist ja hier eine Umfrage, die immer innerhalb einer Woche stattfindet bei den Haushalten und den Arbeitgebern jedenfalls, sehen wir, dass hier auch tendenziell die Auffassung herrscht, aufgrund dieser Big Data Erhebungen, dass die Zahlen eher schlecht ausfallen. In der unteren Grafik sehen wir jetzt mal Bundesstaaten oder respektive die Zahl der sogenannten Continuing Claims, also die Zahl der fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe und wir sehen, die Anträge auf fortgesetzte Arbeitslosenhilfe, die fallen dort besonders stark, wo es kein Geld mehr gibt eben für diese Arbeitslosen. Die Bundesstaaten haben ja 300 Dollar durchschnittlich bezahlt pro Woche für eben Unemployment Benefits und je früher die auslaufen in den Bundesstaaten, umso schneller drängen die Leute wieder in den Arbeitsmarkt. Das ist natürlich eine völlig überraschende Erkenntnis und wir sehen auch zum Beispiel anhand den Daten von Indeed.com ja diese Arbeitsvermittlungsplattform, dass möglicherweise, oder dass hier um und bei 10,5 Millionen Jobs derzeit nicht besetzt sind, unfilled. Also von der Seite her könnte da durchaus eine Überraschung nach oben kommen, sind die Schätzungen vielleicht zu pessimistisch für die heutigen Arbeitsmarktdaten. Das legen auch die Small Business Job Openings hard to fill nahe, also das sind die Jobs, die für kleinere Firmen vor allem schwer zu besetzen sind und da ist ein deutlich stärkerer Anstieg zu verzeichnen als etwa bei den offiziellen Arbeitsmarktdaten. Also wir sehen, das könnte eine ganz tricky Geschichte werden heute. Was passiert, wenn die Daten sehr, sehr gut ausfallen würden? Das würde die Märkte ziemlich auf den falschen Fuß erwischen. Was passiert, wenn die Daten ganz schlecht ausfallen? Das wäre auch vielleicht eine schwierige Frage. Dann könnte die Freude darüber, dass die Zahlen schlecht ausfallen, doch mit der Sorge gemischt sein, dass die Konjunktur in den USA doch nicht so läuft. Also das wird eine wirklich lustige Geschichte. So oder so, alles dreht sich natürlich darum, welche Konsequenzen haben diese Arbeitsmarktdaten. Tapering, ja, nein. Hier mal eine Aufstellung. Rekordhochse der FED-Bilanzsumme von November bis September. Jeden Monat ein neues Allzeithoch in der Bilanzsumme. Und siehe da, auch neue Allzeithochs beim S&P. Zwischen November und September jeden Monat ein neues Allzeithoch. Es sieht so aus, als dass der Mensch sich vom gebückten Gang zum aufrechten Gang wieder vor dem Computer bückt. Denn das ist natürlich schon eine ziemlich absurde Situation, gar keine Frage. Aber schauen wir mal weiter in die Märkte rein. Wir sehen zuletzt, dass die Get-out-and-Party-Stocks, also die Profiteure von Reopening, von der Wiedereröffnung der Wirtschaft, dass die zuletzt doch gegenüber den Aktien, die profitieren, wenn, naja, Lockdown ist, wenn man nicht so mobil ist, wenn die Leute eher zu Hause bleiben, dass diese Aktien also gelitten haben. Und wir sehen nach wie vor ein Short-Squeeze. Most Short-Stocks sind hier vor allem nach oben gegangen und haben den S&P auf ein neues Allzeithoch geführt. Aber wir sehen grundsätzlich, dass die Wirtschaft derzeit klar abkühlt. Hier der Market Global Manufacturing Index ist jetzt auf dem tiefsten Stand seit Monaten Supply Chains vs. Delta Variant Spread. Das sind die Hauptgründe, also Lieferkettenprobleme, Delta Variante. Hier sehen wir mal unten in dieser Grafik, wie viele der Firmen sagen, als Abweichung von der Norm, die Norm ist 1 hier, wie viele der Firmen sagen, dass sie Probleme haben zu produzieren, weil sie eben kein Material haben oder zu wenig Arbeitskräfte haben. Das ist explodiert. Die Dinge sind noch schlimmer geworden, was die globale Lieferketten-Situation betrifft. Das hat sich also noch weiter verschlechtert im August in der oberen Grafik. Und wir sehen, dass die globale Produktion deutlich stärker geschrumpft ist als die Neuaufträge. Das heißt, die Nachfrage ist da, aber die Produktion kann es nicht bedienen. Das ist also dieses Ungleichgewicht zwischen einer doch nach wie vor robusten Nachfrage und einem sehr schwachen Angebot, das eben verzerrt ist, das gestört ist durch diese Lieferkettenproblematiken, dadurch, dass etwa Chips nicht geliefert werden, Autos nicht gebaut werden können, damit Autos nicht verkauft werden können. Wenn Autos nicht verkauft werden können, ist das keine Wertschöpfung, die ins BIP einfließen kann. Dann dementsprechend schwächer die Wirtschaft. Das ist schlichtweg der Kontext, mit dem wir es hier zu tun haben. Und wir haben jetzt wieder ganz schwache Daten aus China bekommen. Kai Klin, Einkaufsmanager-Index, Dienstleistungen mit 46,7 deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50. Aber wir sehen auch Japan, 42,9 im Dienstleistungssektor, ebenfalls Australien. Also da bricht schon einiges zusammen, vor allem der Service-Sektor ist von der Delta-Variante hier besonders betroffen. Und China, by the way, ich hatte gestern kurz angesprochen, diesen Artikel in der China Digital Times auf Englisch übersetzt. Und das ist fast schon Faschistoid, was da drin steht. Da wird gesagt, ja, wir haben jetzt ja praktisch diese soziale Transformation allgemeiner Wohlstand, so heißt das neue Motto, ja, von Xi Jinping, der darauf zurückgreift, was Mao einst davor hatte. Und ähnlich rigide ist das auch, was hier geplant ist. Hier wird klar gesagt, ja, das ist auch eine Reaktion auf die internationale Landschaft, die zunehmend bösartig und betrügerisch ist. Das heißt, hier wird dem Ausland, wird vor allem auch der USA die Schuld zugewiesen, etwa durch den Handelskrieg, dass man jetzt so reagieren wird. Und wir müssen hier das Übel sozusagen mit der Wurzel ausrotten. Wir müssen das Haus aufräumen und säubern. Säuberung ist vielleicht hier das richtige Stichwort. Es steht eine Säuberung in China bevor, die sich wahrscheinlich gewaschen hat. Das sind sehr, sehr harte Prozesse, die uns da bevorstehen. Und wir müssen unsere Gesellschaft gesünder machen. Wir müssen alle Mitglieder unserer Gesellschaft glücklich an Körper und Geist machen. Uiuiuiui, das klingt nicht wirklich gut. Jetzt zum Beispiel eine Meldung, dass hier Schauspieler in China, die so männliche Schauspieler, die aber so ein bisschen weiblich daherkommen, dass die jetzt nicht mehr auftreten sollen. Die sind aus dem Fernsehen verbannt worden. Hier sagt man, das widerspreche der revolutionären Kultur. Also das ist schon etwas, was jetzt wirklich brennt, was eskaliert ein Stück weit. Und was auch natürlich gegen den Westen und seine Werte gerichtet ist, gar keine Frage. Gehen wir weiter in Asien. Da sehen wir Nikkei über 2% im Plus, nachdem Japans Ministerpräsident Suga angekündigt hat, zurückzutreten. Zunächst vom Parteivorsitz der LPDL. Aber da der praktisch immer total in Einheit verbunden ist mit dem Job des Ministerpräsidenten, wird das als komplette Rücktrittsankündigung verstanden. Der Nikkei dann ausgebrochen, über 2% im Plus. Deswegen auch die US-Futures ganz ordentlich in den Tag gestartet. Der DAX wird heute gesagt bekommen, welche 10 neuen Mitglieder er hat. Hier diese Erweiterung ja von 30 auf 40. Da könnten so Firmen wie Airbus, wie Beiersdorf, Zalando, Helpfresh, dürften hier reinkommen. Und der DAX ohne Dividenden sähe ziemlich schlecht aus, wie wir hier sehen. Wäre dann etwa auf dem Niveau anderer Indizes. Beim DAX werden ja die Dividenden immer 100%ig mit eingepreist. Das ist das Singuläre beim Deutschen Leitindex. Im Laufe des Tages, wann genau weiß man nicht, wird das kommen, welche 10 neuen Werte hier dann aufgenommen werden. Und immer mehr Berichte jetzt über die Tapering-Maßnahmen, die möglicherweise die EZB plant. Das könnte jetzt eben dann am September-Meeting schon in der nächsten Woche anklingen. Auf der anderen Seite dürfte die EZB für Jahre Geld drucken. Und dafür spricht auch dann ein Interview, das jetzt Madame Lagarde dem lieben Klaus Schwab gegeben hat, wo sie sagte, ja, also der Klimawandel hat einen ganz offensichtlichen Einfluss auf die Preisstabilität. Und jetzt muss ich mal nachdenken, so als Christine, Preisstabilität war das nicht eine Aufgabe, die wir haben als EZB. Genau, deswegen sind wir für den Klimawandel zuständig, wegen der Preisstabilität und so weiter. In Deutschland ist die Preisstabilität momentan weniger gegeben. Jedenfalls sehen wir, dass Sven Hendrik vielleicht das auf den Punkt bringt, was dazu zu sagen ist. Das ist natürlich eine perfekte Materie für Notenbanken. Natürlich haben sie da keinerlei Expertise drin, haben auch wahrscheinlich keinerlei Einfluss, was sie da am Klimawandel ändern können oder sollen. Aber es ist eben natürlich eine permanente Krise und eine solche permanente Krise ist eine willkommene Vorlage dann, um letztendlich mit dieser permanenten Notfallgeldpolitik weitermachen zu können. Immer darauf zu verweisen, wegen dem Klimawandel müssen wir so agieren, damit man faktisch dann aber die Südstaaten der Eurozone finanziert. Lasst uns doch da mal Klartext reden. Also das ist schon eine extrem heftige Geschichte. Und wie die Dinge hier aus dem Ruder laufen, das hat mein Kollege Wolfgang Müller gezeigt in dem Artikel Deutschland ist Europameister. Bei der Teuerung im Fußball waren wir gestern jetzt nicht so super stark, aber in der Inflation sind wir derzeit der führend. Und woran das liegt und wie es weitergehen könnte, das erfahren Sie in diesem sehr schönen Artikel, den ich Ihnen wieder unter dem Video verlinke. Meine Damen und Herren, endlich wieder Europameister. Das ist doch schön. Jetzt haben wir heute die US-Arbeitsmarktdaten 14.30 bei Finanzmarktwelt.de. Das Marktgeflüster. Heute etwas früher oder deutlich früher um und bei 16 Uhr habe ich mir vorgenommen, das online zu stellen in Reaktion eben auf die US-Arbeitsmarktdaten. Und verweise jetzt nochmal auf die Inflation und wir als Europameister bei der Inflation unter dem Video und sage Servus und Ciao.